Guten Morgen, liebes Publikum. Ich begrüße Sie auch noch. Das war schon eine Begrüßung vom wunderbaren Kinder- und Jugendchor Baau aus den Philippinen. Sie hatten eine sehr, sehr lange leise hinter sich und jetzt schon sehr, sehr viele tolle Konzerte. Wir freuen uns sehr, wie wir Sie heute etwas näher können lernen. Ich begrüße besonders herzlich Hermelina Brionez, den Chorleiter. Und auch ein besonderes Willkommen gilt dem Verein Onesimo und Freundinnen und Freundinnen der Philippinen in der Schweiz. Sie haben sich total ins Zeug gelegt, die ganze Nacht gebacken und gekocht, damit Sie nachher etwas probieren dürfen. Also sobald wir hier mit der Musik fertig sind, dürfen Sie beim Buffet vorbeigehen und wir freuen uns sehr, wenn es auch noch einen Austausch gibt. Es ist eine Kollektionveranstaltung. Es wird nicht nur jemand beim Ausgang stehen, sondern auch jemand durch den Raum gehen, sodass Sie nicht sofort rausstürmen müssen. Genau, Sie finden diese Personen ganz bestimmt. Und nun wünsche ich ganz viel Spaß und vielen Dank fürs Dasein.